Ja, schlacht den Bus. Das ist so schwer. Danke. Danke, tschüss. Okay. Das ist aber wirklich episch leise. Ich habe keine Ahnung. Aber gefühlt leiser als sonst. Ich habe nichts geändert. Gerade gecheckt. Es geht. Jetzt ist gerade leise. Du, 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 du. Snap. Okay. Hi. Ah, hello. Yeah. You better. Yum, 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 wow. You're gonna get touched. Meow. What, what? In the book. Ich habe gerade einen Klon in den Kopf schießen. Nein. Was gannen die denn auf der Hai? What? Der arme Hai. So hätte ich nie reagiert. Nee, niemals. Hast du schon die Kiste leer gelutscht? I see. Ich glaube, wir sind nicht allein. Oh, no, no. Oh, no, 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 no. Ah, so viel zum Ausgeruht-Bonus. No more. Never ever again. Apropos Ausgeruht-Bonus. Das ist dein Bonus. G-Fuel in der Hood. Nicht gut. Mike, hello. Ja, ganz geil. Und dir so. Sonst so. Ja. 14.000 dp. Yes. Mal kill die Übung. Imorgang. Was muss ich noch machen? Killen, 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 killen. schaden verursachen okay so war kurz herausforderung mit allen möglichen waffentypen er dem ausführe unsere maschinengewehr kills und mit grade und bei Das halbe Haus hast du abgefackelt, Mann. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das kenne ich irgendwo. Was hast du gesagt? Das habe ich nicht abgefackelt. Das war so. Das war schon so? Okay. Habe ich so gefunden. Nachdem ich eine Leuchtrakete drauf geschossen habe. Yeah. Ah, Kiste. Ja, ja, Schafen, Schafen, Scheiße bauen und so, ne? Okay, I'll take that. Hier. Oh. Warst du das? I don't think so. Pass hin, pass hin, pass hin. Das Geräusch hier. Das Geräusch, aber du bist viel zu weit weg. Das Geräusch. Das Geräusch, vielleicht weiß ich es auch. I don't know. What are you doing? Nein. Nein. What? Nicht. Okay. Warum dann 9? Oh no. Ist dir jemand? Hey. Du bist nicht so. Ja. Was sonst? Ja, ich sehe, Mike, ich sehe, so ist es. Okay, Skateboard fahren. Okay. Ohne Skateboard. Ja, guck. Und, yeah, hui. Ah, close enough. Wir sind echt gut gelandet. Irgendwie passiert hier nischt. Scheiße, Mann, wenn wir mal lieber woanders gelandet. Zum Beispiel, hm, keine Ahnung, äh... Ja, Autority. Wat? Wo? Ja, Autority im Arsch. Im Arsch. Nein. Oh doch. Skaten. Hip-hop-ray. What? Mit dem Auto? Oh ja. Good idea, ja, eigentlich. Can do. Ups, oder auch nicht. No can do, hängen geblieben. What? Nice. Skaten. Yeah, yeah, oh. Yeah, yeah. Lutsch meine Skate-Skills. Bam. Treibstoff ist leer. Ah. Oh nein. Ich mache jetzt was Illegales. All der vier. Ja. Nein, das geht nicht. Das geht schon. Oh. Crystal Meth und so. Bist du hart? Legfett. Holst du gerade? Ja. Graffiti in die Augen gesprüht. Schwä. Nothing happens. Bitch. Bitch. Angeblich habe ich schon wieder schlechte Connection. Yay. Yay. Do we? auris ja da war auf jeden fall so eine kapsel in der luft ja ja einfach ins werde hier rumgepimmelt fortnet ist übrigens ab 14 hat ja es hat der 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 rettet die welt modus hat fsk 12 weil du da gegen zombies kämpft und nicht gegen andere menschen und der battle royale modus hat fsk 16 deswegen ist auf der switch fortnight ab 16 weil es da kein rettet die welt modus gibt ja ab 16 aber nicht ab 14 in amerika ist es ab 14 und fsk 14 gibt es ja nicht deswegen habe ich das gesagt ja ja und die pädagogische was weiß ich hat gesagt hey sollte man erst mit 14 aber nur in der us and a pädagogisch wertvoll soll ich dir mal zeigen was pädagogisch wertvoll ist ja bitte ja ja pädagogisch wertvoll da pädagogisch wertvoll da hier ist ein auto gegen stein gesetzt aber voll akkurat dagegen gefahren war alles geplant ja ja hoffentlich ist ich auch wenn ich nicht dann erst recht dann soll es von mir aus nächstes jahr stattfinden dieses jahr pack ich sowieso nicht das leben noch 21 was haben wir gemacht nichts über ich das es das ich 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 es wenn du we go to sleep im bed aber das ist nicht erforderlich so viel wie hier geht können wir uns hier überall hinlegen dann well 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 So spannend. Da das hier alles so spannend ist, trinke ich mal was. Du hast nicht geschüttelt. Das stimmt. Nein, das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun, aber... Das kann ich nicht tun, aber... Das kann ich nicht tun, aber... Das kann ich nicht tun. Wenn ich dann auch so schmecke, ist natürlich geil. Da, Schüttler, Rüttler, zufrieden? Jetzt trinke ich aber nicht. Danke. So spannend. Yeah. Hey, uh... It's like my own headshot. Haha. Man, hier ist Estimo. Ja. 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 Haha. Ja. Oh, Ja, Mr. Krebs. In the house? Was sind Sie heute bei dir, Mr. Kranz? Was will ich tun? Ich will dich! Wow, das ging mit dir durch! Wallhack! Hacks! Oh, diemgerteid, I like! Bobby! Oh! 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 Yeah okay! Ja okay! Okay! Nix, der hat ne episch oder legendäres Schrift, den so schlecht Und natürlich, er ist ein Undilek Damn! Ja, er hat ne legendäres Schrift, den so schlecht Ja, ich hatte ne graue, damit konnte ich jetzt grad nicht wirklich was reißen Suck it, Grandma Fuck it, Grandma Warten auf Gruppänen an, Führer Ich guck mir grad den Shop an Der hatte ich vorhin keine Zeit für Den Shop-Bar Ist nix geiles dabei Alles Schmuh Hey, der Bussi Das hab ich fast vergessen Jo, der hat ja nur legendäres Tropical? Hot shit Wir müssen Montag oder Dienstag definitiv Minecraft spielen Also kein Videomaterial mehr Ja, so sieht's aus Dann muss ich mich da durchzwingen Egal wie warm's ist Durchs VR Ich freu mich Also eins von beiden müssen wir machen, ja Je nachdem, wie gut das hier heute noch läuft Nicht gut, I guess Kannst du mit anderen Leuten? Was geht? Me so sad Ich steh'n da mit nem Roller und warten auf dich und du heulst Ja Weil du mit anderen Leuten getanzt hast Ach ja Geht's noch? Mie 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 Miau Miau Du Gummli Das ist bestimmt schon wieder so Aktionen jetzt Nee, kann nicht sein Das war jetzt auf jeden Fall näher Ja, also ich bin grad mit einem zusammengestoßen Ja, cool So muss das Softies Nuts Hallo, hallo, hallo Hallo, hallo, hallo Es geht, es geht Es geht Ja, ja Hast du ne Waffe? Ja Okay, weil ich so viel inhaliert hab gerade Ich auch Ich hab die Waffe vor deiner Nase weggeklaut Nice The fuck Foodfishing fahren Oh yeah The hell was dat? I don't know Ah, da ist jemand im Boot Attack Yo, voll übertrieben Na, den kann ich mit der Waffe nicht erwischen Yo Nee No Can hit With that shit Aber with that shit I can hit Yeah, yeah Check my rhyming skills You dead 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 Warte, ich werf ihm ein Schild dran zu Pst, suck it opfer zeigt bei einem zweitägliche herausforderung gefüllt halbes level gemacht mehr so geil okay bei ich kann der haie sind busch ich kann Ja, we gonna need a smaller boat, eh? Woah, sharked. Sharked. Get rekt, hallo. Fuck it, bye. Jetzt hängt er fest. Arme Sack. Hängt voll in die Fresse. Woah. What the hell? What was that? Der war AFK. Ich dachte, er wäre durchgenaukt. Nein, nein, der hat gerade abgebaut. Ja, habe ich gesehen. Wow, piece of shit. Ah ja. Oben ist noch einer. Ich weiß. Gut. Ich hasse die Gummi-Shotgun. Fucking sucks. Auch. Aber auch die Gummi-Shotgun. Suck. Hard. Mein G-Fusier ist alle. Hm. Meins nusch. Was macht der denn da, Bobby? Er fistet ihn. Ja, aber hart. Dö, 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 dö. BTL. Gut. Du stürzt da gerade ein Flugzeug ab, oder was? Ah, no. Maybe. Ja, aber man macht es gerade draußen so. Miau. 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 Apropos. Das ist ein Move. Das ist ein Move. Ich dachte, wir kommen von einer anderen Seite. Was? Du hast verloren. Ah! Ah, shit, ich hab die Waffe nicht aufgehoben. Fuck. Ah, Gummischrotze, yay. Geil, ich hab die Skin-Variation von Harley Quinn freigeschaltet. Was musst du dafür tun? Du musstest auf Platz 30, auf Platz 20 und auf Platz 10 kommen. Ganz genau, oder? Nee, nee, also auf dem Platz oder höher. Du musstest 100 Schwachstellen treffen und du musstest Schaden mit einer Schrotfunke machen oder so. Okay. Ich seh. Du siehst, what? Where them Hobbies at? Ich. So, das müsste gezählt haben, oder? Seh ich das falsch? Didn't. That sucked. Voll in die Rüge wie Assi. What the shit? Did it count? Hey. Die Keycard. Äh, ich glaube ich. Gut. Komm, gib mir deine Waffe, bisch. Nice. Thanks, bye. Wo ist denn die Olle? Ich bin auf dem Weg, hab's denn. Okay. Well, calm down, bisch. Hey, lol. Hey. Oh, hey. Nein. Du-dum, 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 okay. Hi, ready, kids. Ja, ja. Ja, ja, sagen wir nicht. Na ja, Captain. M-bären. M-bären, Captain. Ja, Schnitzel, alles weg da oben. Fuck it. Ja, schlecht gejammt. Wow. Okay. Not bad. Ups, das war ein Versehen. Ja, aber lasst da hingehen. Juhu. Juhu. I'll take it. I'll take it, Grandma. Danke für dein Like. Oh, hey. No. Mm-mm-mm-mm. Ah, fuck it. Bananas. Bananas. Hey. 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 Danke. Okay. Gut. Where? Oh, Arthur. Okay. Sweet! What a bunch of redberries. Bobbies, I think. Redbobbies. Too far, Taylor. I see nothing. Gar nothing. Nice. And in the eye. Nice. And in the shoes. The ass. Slow upies. Oh, so. Slow upies. 27 alive. Okay, bye. Mioi. Hello. Bye. Wow. Okay. Bam. Aus dem Weg. Weggebescht. Wesen. Bobby. Sicher? Ich glaube, der ist runtergejumped. Wesen. Wesen. Ah, ne. Da steht er. Tatsache. Was ist der Typ? Wesen. What do we have there? Erpiglude. Erpiglude. Hätte ich mal die Granaten behalten. So ne Scheiße. And he's gone. Erpig yearly. Oh. Irgendwo dahinten. Yeah, yeah. Ahhhh. Shht. Fuck up. Spill X. Wow. Du! Au da ist er! Hello! da in die Richtung, wo meine Markierung sitzt. Nee, herr, ach da! Da! Irgendwo! Da ist er! Nies! Keine Ahnung, er hat mich gesnipet. Ich hab ihn nicht erkannt, sorry. PENG! Fall in die Fressen! Fall in die Fressen! Super, got nothing to heal! Bien? Ja, ich schon. M'kay. Achso. Keg! Party Keg! Hins Maul. Glaub ich würde bündig explodieren. Ich hab das Ding schon. Wenn es so Party Kegleser aufhört. Ich mag es noch dreimal! Nein? Willst du das Ding wieder haben? Ja, bestimmt. Get some! Komm, get some! Und die Erpex Neap passt bestimmt auch schon. Die Erpex Neap! Ja, aber keine Legendary. Where is that coming from? Scheiße, ganz da hinten. Okay. Moment, da ist aber ein Objective drauf! Das ist natürlich geiler. Und das ist auch besser. Glotz auf! Wisch! Bestimmt die Waffe mit der, der mich eben gesnürbt hat. Gieß auf Shit! Oh! Warte! Und der andere! Haha! Au! Da oben! Okay! Oben! Bei mir oder was? Ja, den oben haben! Ja! Ich hab dich grad mal da runter geschossen. Weiß kann! Okay, bye! Es war nur ein Assist jetzt! Wo ist er, oder? Da! Gut gesessen! Not bad! Not bad! So! Von, von hier kann ich ihn nicht treffen! Mh, 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 mh! Ja? Good! Bam! Wo ist er? Wo bist du? Problex! Ja! Wegflogen! Opfer! Jetzt hinterher? Ja, klar! Bis dann! Au! Wow! Hat mich voll erwischt in der Luft, der Sack! Alter! Oh! 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 Jo! Alles klar! Das war von da oben, vom Berg, glaub ich! Dort, mi! Ich hab mir jetzt mal mit! Ja, was mag ich dir nie! Wir sind so f***t! Beide da, unten bei mir. Okay. Egal. Zurück zur Lobby. Nee. Ja, okay. Zurück zur Lobby. Level 90. Yay. Shit. Nikolas! Nein. Hier, vor mir. Was ist das für ein Ding? What the fuck are you? What the hell is this? Das ist ein sogenannter Bushmatch. Fuckface. What the hell is this? Eww, stop it, grandma. Wir waren gerade zu viert. Wow. Frank. Wir haben schon 10 Level jetzt Instance. Zack, bam. Zack, bam. Oh, hoho. Y-Low-Wi. Oh, nein, 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 nein. Pablo Wii. Noch besser. Ich spiel Fortnite auf der Wii. Okay, okay. Die macht der Krankenwagen Wii U. Wii U. Oh, noll. Little shit. Little shit. Maya for the win. Or so, or what. Ah, yeah. Eier. In mir ist ein Gegner. India. Ja, in mir. Cheetor. Lass uns zusammen hier landen, damit wir nicht sofort sterben. Ich bin schon gelandet. Komm mal bei dahin, wo du runter kommst. Oh, wow. Da ist alles voller Loll. Ja. Das Haus. Das Haus ist ein Haus hier. Das Haus ist ein Haus. Ah, wer? Okay, danke. Bye. nein 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 das sagst du jetzt weiße verzögerung was wolltest du ja wollte es öffnen ja dann kriegt man erfahrungspunkte ja klar aber okay und dass nein habe ich gesagt als du mit der hälfte war es als ich gesehen habe dass der riss in die dicke ja und als ich als du nein gesagt hast aufgehört ich lege vielleicht trotzdem noch mal entschuldigung entschuldigung sorry hallo fuck fuck aber ja du hast recht eigentlich sollten alle kisten oder ich zumindest alle kisten öffnen du bist ja schon 138 du freak ich mache gar nichts ich spiele gar nicht mehr so oft ich spiele nur noch wenn wir spielen jaja jetzt weil du schon 100 warst ja ja hier hinten sind auf jeden fall mauris mauro dörren mauro dörren und sonst habe ich auch nichts anderes gemacht außer regelmäßig die dailies ja wissen die mache ich schon mal nicht ja weil ich so viel zeit habe ich bin immer noch im auto dass mich dass wir schaden machen jawohl glaube ich glaube nicht alles klar ich muss noch mehr schaden mit der pistone machen habe nur leider keine mehr ja auch auf ammunischen komplett okay ja immer noch da ist immer ein sprach ammo für was für alles für die für die pistone piste piste das ist mir okay okay kkk kkk kammer wie ist coming oh yeah what the hell alles da great oh ja das sieht doch schon besser aus was ich denke ich weiß ich bin ich denke ich bin nicht sicher nicht sicher geht's nicht ich denke ich bin nicht sicher können wir warten wir warten wir warten wir warten wir warten wir warten es auf hier 54% komm Usedys in kommend wir laufen auch die beste mucke Mit dem Ding kann man auch Offroad fahren, hab ich gehört. Yeah. Bald hab ich dieses E-Mode auch, dann geht's ab. Können wir uns gegenseitig anschmollen, die ganze Zeit. The hell, die Musik, ey. Hörst du die Musik da draußen? Ja. Und live. Okay. Salt Lake Springs incoming. Meinst du, ich soll ja rufen, ja. Oh man. Wow. Direkt in mein Gesicht. Bye. Bye. sehen ja nicht so ganz er war bei der karte ich bin kein hellseher tut mir ja ja ich muss auf jeden fall noch ein bisschen dadys machen spiel jetzt keine stunde mehr wahrscheinlich montag dienstag whatever besser wäre natürlich oder wahrscheinlich kommt drauf an wie lang die season noch geht who knows warum nicht weil ich nicht programmieren was hat das denn damit nicht unbedingt die programmieren herausforderungen für extra wochen und denken sich dann ja das ist für season 2439 er kann ja sein wir haben bestimmt ganz viele herausforderungen im schreibtisch wollen die es nicht im stream angucken wie nahe ich daran suchen können das ist nicht erlaubt steht aber make merica great again on time again sie hatte die erste ist wieder ausgefallen die zweite hatte zehn minuten verspät und von meinen kollegen die waren hatte 20 minuten verspätung und ist dann auf einem komplett anderen gleis am anderen ende des bahnhofs gekommen auf kurs es ist der herr was going on das kommt ja aber der kommt um die ecke lost gamer denn du weißt ja noch die die monate geschmack für die ich geschickt ja ein youtuber hat also ein streamer hat gemeint danke für deinen follow wenn man daran riecht dann ist das so als würde man meff durch die nase zieht naja gut wenn man das weiss ist das ja schön keine ahnung wie es abgeht da habe ich echt überhaupt kein plan von aber das glaube schon ja ich meine das ist ja scharf also glaube ich dass ist strategies er ist bei sie schicht ich esse gerne scharf und alles aber zu sich auf jeden fall mal rocket launch er brauchst du explotiv 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 ein klein hat es mich nur auf youtube sehr schön dass du mich jetzt auch abonniert hast i like that danke ich komme zum halbdeingang ja oh das bin am halbdeingang wo spaß 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 dj spaß spaß wenig treibstoff da vorne ist eine tanke wenig soft so viel dazu wow au fuck in my face what the hell dass man eben im wagen geblieben war warum machst du das denn auch ich hatte angst ja entschuldige mal im laster werde dir nichts passiert ja 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 kam jetzt Schatz The choppa Gott mei hey Der regt vor uns, ne? Hast du dir gerade den eigenen Weg weggesmashed? Ja Ja, ich sah das Da wollte ich nicht noch verhören Natürlich nicht, weil ich gerade da angekommen bin Hmmmmmm Well, well, well Gross Hm? Ich bin so, wie du bist. Ich werde dich verletzt. Ich werde dich verletzt. Bitch. Bitch! Ey, miau, miau! Oh. Zwelle. What the hell? Oh, ich will Controller. Hm, ist ein Freund zu ab. Yo. Bei der Runde muss ich mal eine kurze Pause machen. Mhm. Nicht so sleepy. Du brauchst mehr FG-Fuß oder? Ne, hab ich, aber... Nicht warm as fuck. ... ... ... ... Never gonna give The Rick Astley move You know the world and so do I Bueno Tintina incoming I'm not alone here fuck it grandma Take the shit Fuck me fuck me fuck me I'm dead okay I'm not Almost look at it grandma Oh Ines Okay now I'm dead Anonym 265 Up the ass What the hell was that What's happening Nice one What Wow Voll die Eskalation Guck mal wo ist das Haus alles im Arsch Ja Cheetor Hex Hex Lobby Miau 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 Was Party Mr. Krebs Mr. Krebs ja Wo ist er Mr. Krebs da Sanfte Klänge des 20. Jahrhunderts Hex Lobby Hex 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 Vom 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 Ah vollgas ich krieg kaum noch Level hoffentlich bin ich Montag wieder ausgeruht oder Dienstag je nachdem dann haben wir die CNC Last Mission Freu mich hier ist nichts los ne hab ich mir schon gedacht doch in zwei, drei, fünfzig Teams großartig ich hab nen Beifahrer, ich hab nen Problem ich hab keine Weapons oh my god ja genau, wie trifft der denn? what? nix kaputt I see au die hat gut erschossen what? seriously ja wenn man landet, man findet keine Waffe aus dann steigt man in den Sportwagen, hab ich festgestellt ist ähm nicht cool? semi-geil semi-geil mhm ist ja wohl voll und ertrieben mhm where did you learn to fly? ok bye mhm where did you learn to die? auch zu Hause great mhm 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 oh nein es ist die fucking garage mhm ok meh nur wegen dieser blöden äh Kurzherausforderung habe ich versucht mit der Waffe, das war irgendwie... Fucked up! Allerdings. Well, well, well. Well is empty. Boom, burn some. Ja, verbrenn einfach alle Häuser. Hey. Can do. So, wow. Wenn Amazon mich weiterhin fragt, wie meine Sachen sind, die ich mir bestellt habe, dann... Lösch ich meinen Account, okay? Lösch ich meinen Account. Krieg ich nichts mehr von mir. Nie wieder. Posteingang, Werbung von G-Kuppel. Echt? Oh nein, es gibt einen Sonic-Shaker. Ja, Mann. Und Sonic-Innergy-Fongler. Und Sonic-Giveaway. Und... Keine Ahnung. Sonic-Scheiss-Dreck. Sonic. Sonic. Bistie Meadows. Bistie Meadows. Bistie Meadows. Was soll ich jetzt sagen? Scheiße, mir ist noch wärmer. Maybe it is. I don't know. Da landen viele Menschen. Ja, klar. Hier ist doch also fucking... Mission. Mission. Wir sind die Karten-Mission. Mission. Mission. Mission accomplished. Crap. Crap accomplished. Crap accomplished indeed. Ich habe eine Waffe und Angst. Ja, ich auch. I has high ground. I has high ground. Ist tot. Ja, ja, ja. No more high ground in the hood. In the hood? In the hood. I get your party up. I see, I see. Ja. Do it, motherfucker. Ja. Bye. Shit. Fuck it. Was machst du? Ich schüttel das G-Fuel ohne Wasser. Scheiß Klimawandel. Jo. Ich finde schon, im letzten Jahr war es 0,2 Grad kälter. Auf jeden. So warm. Ja schon wieder. Aber ja, muss. Aber auch nicht mehr lang. Noch ein paar Ründchen und dann ist Ende. Ich glaube 91. Muss ich mir die restlichen neuen Level leider kaufen. Na Quatsch. Es ist unerträglich warm hier drin. Ich gehe danach erstmal hart duschen. Ganz hart. Ganz hart duschen. Kannst du es? Ja. Ja. Ich habe wieder schlecht gemacht. Ich habe wieder schlecht gemacht. Das WLAN. Achso. Deswegen. Alles klar. Ja. Sozusagen. Hallo Haustür. Aber dann durch die Tür geflogen. Great. Und durchs Haus gerannt. Awesome. Shit. Was war das denn? Diesmal ist hier keiner. Äh. Doch. Drei Teams. Echt? Ich habe noch keinen gesehen. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Schöne Auto? Ja, ok. Scheiß Kiste ist mein Weg gewesen. Du bist erschossen. Ja. Okay. Joink. Man könnte auch raus steigen am Steuer. Irgendwer hat er auf dich geschossen. Lass ihn doch. Das ist eine Entscheidung, auf wen er schießt. Das ist eh nur nicht. Wow. Nein, leider eben nicht. Okay, danke. Dir auch. Bis dann. Schöpricht leer. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein. Danke für dein Like. Und ja, bis bald. Ist immer wieder spaßig, egal in welchem Game, wenn du Auto fährst. Und danke für dein Follow. What? Und ja, Pistolenherausforderung abgeschlossen. Awesome. Yo, das gab eine ordentliche EP gerade. Oh Mann. Oh Mann. Why? Ich muss wenden. Ähm, ja. Fahr doch einfach rückwärts raus. What the hell? Nein. Ich kann nur vorwärts fahren. Weißt du, wie gefährlich rückwärts fahren ist? Das Ding irgendwann auch mal explodiert. Yeah. Wow, der hat gesessen. Bye. Lebt der immer noch? Yeah. Fuck you. So sieht's aus. Fuck you. Shit. Stabiler Baum. Beste Runde. Ich lad mal da. Ich seh'n Scheiß. Bam. Down. Down. Doppel-Ellium. Fuckin' Pistolen-Experty. Oh, geht nicht kaputt. Das war sinnfrei. Wirklich? Yeah. Versorg' wir uns um eine Karre. Juhu, ich freu' mich. Worm. Bistolen-Experty. Ah! Hahaha! Fuck em! Man! Woah! Nice! Ah! Ich seh die gar nicht. Ah, jetzt. Ist mit dem unklar. Komm direkt auf uns zu gerannt, ey. Ah! What the hell! Great! Wien. Warum ist mein Pinster grad explodiert? Keine Ahnung. Yeah, fuck the Sobschild. Oh, das ist für mich auch eine. Kann ich die öffnen? Quescht. Wo ist er? Scheiße, da oben. Ah, ich hab nisch. Wait, wait, wait. Wow! Ah, ok. Alles klar. Juuu. Warm erledigt. Spritverschwendung! Yes. Wöhm. 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 Oh, yeah, yeah, maybe maybe Joa, ist der getankt. Bis der Motor explodiert. Noch zwölf anderen. Ayo. Minos? Ja. Okay. Das merken die nie. Neunste. Sauber. Screenshot right there. Ja, got it. Wir haben heute gelernt, wie man ein Screenshot auf dem Mac macht. Oh. All der vier. Ja. 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 Und wir haben gelernt, warum ein Mac scheiß ist und ein PC toll. Ah, ja. What? Ich dachte, wir chillen hier. Ja. Ja, wir müssen ja schon in der Zone. Ach Quatsch, über die Welt. Nein, nie. Nein, nie. Jetzt wollen wir bestimmt rückwärts runter. Mhm. Hab die Herrenbrunnen angezogen. Für 6. Ah! Was zur Hölle war das? Da laufen sie. Mal gucken, ob es jemand merkt, ohne Scheiß. Ah! 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 Noch ein besseres Screenshot fast. Um uns zu sehen, musst du halt wirklich von oben rechts oder links reingucken. Von vorne spiegelst du krass, dass du es siehst, und von hinten decken uns die Lehn ab. so eine scheiße man ja überall pimmeln sie rum gucken mal jetzt hatte ich den für sich naja und 40 sekunden kann viel passieren ja also schmur was machen wir jetzt wenn sie es jetzt nicht merken dann weiß ich halt auch nicht aus dem auto rausgeschossen what the hell ist ziemlich weit oben ich weiß nicht genau die schlussbahn geworfen nein schade eine geht noch aber dann muss ich aufhören es sei denn die geht nur drei sekunden wie sonst auch immer was ist er denn mit seinem stift wir sind wie schon wir sind wir sind haben schon ein level doch was habe ich gesagt angeln strudel benutzen schaden machen und kilo an super was ist da ein strudel gut player 422 ist in der haus so gut hat wer ja das ist rechts der der täte fragt mir gebracht mir wurde gesagt das ist Wir haben ja auch Präsentationstechniken, die haben wir ja auch. Musst du Werbevideos für mich aufnehmen, findest du gut? Ja man, mach ich. Okay. Kann ich bestimmt machen. Ja. Kann ich alles. Ja, wenn man das drauf hat, ist das gar nicht so schicht. Das kann man halt auch lernen. Benutze ein Strut-Lol. Got it, 91 Bitches. Oh yeah. Also in Deutsch lernen wir ja auch Kommunikation und sowas, also da in der Schule ist halt fast alles auf die Hand im Moment. Ja klar. So ist ausgelegt. Logisch. Und das find ich voll cool, man. So cool. Cool. Ist es auch. Hm? Ich glaube wir haben, ja wir haben im Keller auch ein Fotostudio. Wenn da eine grüne Leinwand wäre. Garantiert. Könnte ich in der Schule für dich Werbung bedrehen. Ja, nice. Das stimmt. Gehört dazu, auf jeden Fall. Musch. Ich hab bis jetzt halt nur eine weiße gesehen. Aber mal gucken. Rieses? Ich hab ja auch noch eins von den zwei Studios. Ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden da auch noch nichts damit zu tun. Da geht noch. Bestimmt. Klar. Wenn nicht, dann kaufe ich mir halt einen Green Screen. Ist da nichts dabei. Green? Green? Ja gut. Der, der hier hängt, ist dann später zu klein. Der kommt dann auch weg. Pfff. Bau einen größeren. Oh yeah. Okay bye. Und ne Anglol. Ähm. Ne Anglol? Mhm. Ich weiß, ob da liegt ne Anglol kann man sagen. Yeah. Can be. Danke. Fischi angeln, ne? Ja. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. What? Auch gut. Shark. Schlürfisch. Einer noch. Hell, ich will jetzt aber eigentlich keinen Bobby angeln. Du kannst doch ohne diese Dinger annehmen. Ja, ich weiß, ich weiß. I know that. Ich will nur nicht, dass ein blöder Hai anbeißt. Also der eine hier ist beschäftigt. Ja, der kommt hier gerade, ja. Alles klar. Gefischt. G'schischt. Wow. Wow. Okay. Piece of shit. Yep. Was geht ab? Meine Fresse, was du? Das ist mir. Das ist mir. Oha. Oha. Slurp McFischi. Äh. Was denn? Ah. Der Hai bei... Yay. Fuck. Yay. Fuck. Yay. Döb. 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 So. Was haben wir noch auf dem... Schaden damit machen? Ja, habe ich ja gerade getan. Aber... Hol an anderen Spielern. Okay! Ja? Ja? Oh! Nom! Captain Carp! Ja, ja! Ja, ja! Au! Ja? 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 Captain Toilet! Captain Toilet! Ja? 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 Okay... The fuck are you doing? Uhm... Autofahren? Das ist so komisch bewegt, hätte ich mir nicht denken können. Ah, hier ist er jetzt noch. Ah... Ja? Ja? Ah... Det ist so komisch. Oh! Ja? 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 Ja, nice move. Alter, ich steig grad raus. Machst du das? Nein. Au, ja alles klar. Ja, auf dem Dach. Twitch. Twitch. Jetzt. Da muss ich posen bei Twitch. Ja, tu's. Ja. Captain Caps Lock. Äh, Thingy. Fuckin' geblieben. Ja, great. Hier laugt noch wie ein Schultzranker rum. Äh, hh, hh. Tt, tt. Tt. Tt, tt. Tt, tt. Tt, tt. Tt, tt, tt. Tt, tt, tt. Tt, tt, tt. Tt, tt. Tt, tt. Tt, tt. Ich bin aus dem Radio Ich bin aus dem Radio Ja Ich bin aus dem Radio Das ist gut Ich bin aus dem Radio Ich bin aus dem Radio voll die Hedges Ja, Mann, das ist total gelohnt. Was? Was? Somebody clipped this. No. Yuck. 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 Cock jam. My jam is cocked. My cock is jammed. Nein. Damn. Ja, mal die Wand hochgefahren. Awesome. Physics. Klasse. What? What? Okay, du hast mich aus dem Auto rausgehauen. Ah. Komm, ich will mitfahren. Da kommen welche. Ah, Cockblock. Oh, no. What the hell? Was? Ihr habt beide kein Schild mehr. Machst du das? tot. Wow. Ich dachte, du hast noch ein Auto. Machst du tot. Ah. What the fuck is happening there? Ja. Schade. Aber ich muss jetzt aufhören. Ja. gonna. Bye. 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 Vielen Dank.